Mein Name ist Dirk Schauderner, ich bin der Chefarzt hier in der Orthopädie und Traumatologie. Wir laden die Patienten ein, mit uns zusammen einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen mit weniger Schmerzen, mehr Beweglichkeit und mehr Lebensqualität. Wir versuchen neue Therapieformen wie Yoga, Waldbaden und Qigong mit klassischen Therapieformen zu verbinden, um das perfekte Ergebnis für den Patienten zu haben. Das Schöne bei uns ist, dass wir ein sehr junges Team haben, ein sehr engagiertes Team haben und uns ist ganz wichtig, dass die Qualität der Therapien hoch ist und dass wir zufriedene Patienten bei uns haben.